Ich bin echt tot. Wisst ihr, ich habe ja noch ein Highlight. Ich muss noch eine Pflanze, ich habe noch eine Pflanze, die muss ich einpflanzen, seit schlag mich tot wie lang, oh das ist falsch rum, seit schlag mich tot wie lang muss ich die einpflanzen. Die ist so, gefühlt seit langem lebt die hier einfach nur in einem Glas und die lebt und die lebt immer noch. Ich muss mir mal Erde kaufen.